...einen großartigen Pferde, der sich anschickt, ganz besondere Pferde zu liefern. Bordeaux und Kieferle. In Niederlande gezogen bei Rizmond Stables in Neumirien, Frau Schock-Külle und Sitzer zusammen mit Georg von Hüterch. Aus Niederlande, 2006, dieser Rundfunkraum des Rundes United. United ein Track-Part 2, Sundanzo. Die Mutter, die ihr Männer vom Turtikas Vata, der im Ball liegen, dann Donovan Rousseau. Und dann geht es direkt in den Stamm der Zustände Dubai. In den Grundstamm der Brunner, Adlerich, Renorand, Rubinstein, Amon und so weiter. Der erfolgreichste Zustand der Welt, wir im Wintergott fahren heute. Die Superpferde hat ja geliefert, nicht nur, aber ein bisschen Eier, Blödetun, bei Icambalaya, Bella Laguna, Spitzenpferde, die Fliezenpferde, die Fliezenbundeschanponist. Und ein großer Erfolg, danke, bis dann eine der Kreisverordneten, auch der Unenburger Option. Schon mehrfach gekürtet ist Söder, Barosso, der auch bei Bautschopflügel stationiert ist, Entschuldigung, Buckingham, Gordes, Tiers, Backhand, GMT. Buckingham war im Jahr 2014, erzählte Herr Lambert Schiller, überragender Sieger in den 70 Tagen, dessen Adler als Dorf. und der Dann hat er sich qualifiziert, auf den Exfiguren, den Untergang für das Jahrgangskunale in Setson von Bosch, was er klar und sicherlich entscheiden konnte. Wieder mal, da ist der Richard George Siegreich. Eber, vielen Dank deinem Schätzchen. Ich weiß, dass du ganz viel vorliegen hältst und ich bin sehr genannt. Dieser Spitzel von der United in Bali, Donahal und die Scharrefamilie, der Donahal dabei, die Jarrefamilie. Spitzel von der Kameraden. Spitzel von der Jarrefamilie. Applaus Applaus